Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu TrainFever. Wir sind in Folge 38 und das Rauschen hinter uns verrät, wir sind hier wieder zu Gast in Lohbrügge. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Okay, wir haben noch keine Strecke eingerichtet, also keine Linie eingerichtet und wir müssen auch noch neue Züge kaufen. Herrlich. Gut, ja, lassen wir ihn einfach hier mal so stehen, ich mag das. Da haben natürlich Schnellzüge, also ICE und Konsorten hier einen echten Vorteil. So, dann wollen wir doch mal schauen. ICE 5 So, Lohbrügge ist hier. So, von Lohbrügge aus geht's nach Neustadt. Ja, ich sollte mir vielleicht aber das mal dazu erlauben. So. Dann brauchen wir hier natürlich noch ein E dahinter. So. Und da will er nicht zweigleisig fahren. Warum nicht? Genau. Er hat kein... Keine Weiche. Die hätte ich vielleicht vorher noch bauen sollen. Und wir haben auch keine... So, entfernen wir Neustadt nochmal wieder. Weil das fehlt uns ja noch dann. Aber da kümmern wir uns drum, wenn wir hier dann fertig sind. Was ganz interessant ist, das werde ich glaube ich auch nochmal in einem ATS-Special oder so sagen. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich hier einen neuen Encoder einsetze. Ich bin mal gespannt, ob das merklich bessere Resultate geben wird. Das würde mich sehr interessieren. Schauen wir mal. So, hier kommen wir gar nicht mehr rein, ne? Okay. Das heißt... Wir brauchen hier eine Weiche. Mal gucken, ob ich auf dem kurzen Stück was machen kann. Und dann kommt das Gleis hier weg. So, damit wäre jetzt das eigentlich erstmal erreicht, was wir da brauchen. Geh mal weg. So, Haltestelle hinzufügen. Also, Lobrücke ist da hinten, soll laden, wenn vorhanden. Das ist richtig. So, dann soll er von Lobrücke nach Neustadt. So, hier fährt er jetzt auch dann zweigleisig. Wie wir es gerne haben wollen. Jawohl. Prima. Danach nach Lobrücke. Da will er dann wieder eingleisig. Das heißt... Nein, 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 nein. Nicht vollladen mit einer Fracht. So. Wir brauchen dann hier erstmal... ...noch einen Wegpunkt. Den fügen wir da noch mit hinzu. Gut, wunderbar. So sieht das dann auch wieder richtig aus. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt gleich noch... Das ist ein Railjet. Wir gucken, wo die Schweizer sind, weil mit denen will ich das ja eigentlich gerne fahren. Der kommt da gerade wieder. Da fährt der Intercity. Da kommt der andere Intercity. Na, hier ist nun bei euch Kulisse, du. Meine Herren. Oh, die sind jetzt gerade hier. Naja. Dann schauen wir doch mal. So, hier wird auch wieder fleißig gestanden. Und ich gucke trotzdem nochmal. Keine Passagiere für die S-Bahn. Oder auch keine Passagiere auf der S-Bahn. Na gut. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall was für... ...200 kmh. Tja, was nehmen wir denn da mal so? Aha, das ist eine BR-101 im Nord-Ostsee-Bahn-Design. Interessant. Sicher jetzt erst. Großartig. Großartig. Das ist wirklich genial. So. Ich werde jetzt mal Folgendes tun. Wir gehen mal kurz speichern. Weil mir ist schon mal die ganze Nummer hier um die Ohren geflogen. Und ich möchte natürlich verhindern, dass das nochmal passiert. Aber das sieht ja jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Wo sind die Notaussee-Bahner? Da. Das ist ja ein Speisewagen. Eine erste Klasse. Und welche hatten wir noch? Also das ist jetzt die RSH, ne? Dann können wir aber auch noch die SH nehmen. Und die habe ich meiner Meinung nach in der letzten Season auch schon benutzt. Wobei ich mir bei der anderen halt eben dann jetzt nicht mehr so sicher bin. Aber das werden wir sehen. Na, wo seid ihr? Das sind Metronome. Hier. So. Okay. Dann weisen wir mal eine Linie zu. Und. Es geht. Sehr gut. Guck mal, da kommen wir aber schon. Und. Ich mach' gerade nicht. Okay. Ich machến habe. Dann weisen wir mal ein. Ich mach Godmente. Dann weisen wir mal. Ich machhaya. Ich mach' fede' So, die sind mit 230 unterwegs Das heißt, die passen sich dem allgemeinen Üblichen Streckentempo eigentlich auch ganz prima an Brummelt denn da in der Gegend rum Lass mich raten, diese Stadt stirbt langsam in dem Verkehrskollaps Ja, das sieht so aus Na, darf der auch noch gleich raus Da steht auch schon der Railjet dahinter der Brücke Okay Es staut ein wenig Nein, deswegen fehlt es auch der Intercity erstmal Gut, wir schauen mal, ob wir unseren Schweizer Zug erwischen Aha So, der führt da jetzt auch weiter Gut Na, lass mal gucken Das nächste müsste dann doch Die Schweizer Schnellzüge sein, oder? Da ist einer Jawoll Prima, dann werden wir uns erstmal Das Hauptmenü hier wegmachen Und das hier wegmachen So Und dann werden wir mit dem gleich eine schöne Runde In den neuen Bahnhof einlaufen Bin ja mal sehr gespannt Nachdem ja jetzt der ICE 4 Auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde Ob es dann noch für Train Fever ein ICE 4 geben wird Oder ob wir den dann erst bei Transport Fever sehen werden Wenn ich mich richtig daran erinnere, gab es einen ICE T auch nicht, ne? Aber naja Ich bin ja sowieso mal sehr gespannt auf den ICE 4 Da werde ich sicherlich auch nochmal eine Gelegenheit haben mitzufahren Ist ja einiges konzeptionell neu Die sollen mit 2017 in den Regelbetrieb gehen Bis dahin soll ein Testbetrieb stattfinden Teilweise mit Fahrgästen Bin ich ja mal sehr gespannt Ob und wie das Ganze denn da noch weiter geht Aber Die Bilder, die ich gesehen habe Schon nicht schlecht Also Kann man machen So, da kommt er rein Bäh, wie gar nichts weiß hier Warte, wo ist der Mauszeiger? So Dann lassen wir ihn mal reinfahren Und dann Begge das Gelegenheit Bäh, wie gar nichts weiß hier Aber So Dann Das Bäh Boat 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 Bitte Vorsicht, der Spook fällt auf. Ach ja. Ich mag dieses Sound-Mod. Ich finde die großes Kino. So, und dann wollen wir uns mal auf den neuen Streckenabschnitt machen. Ich bin mal gespannt auf die beiden Brücken. Die kommen da vorne auch schon ins Blickfeld. Okay, so richtig auf Drehzahl. Kommt er jetzt erstmal nicht. Das mag aber auch an den Kurven liegen. Aber lass mal schauen. Schön mal. Ach, guck mal. Fein. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, da macht er sich auch schon bereit für die Einfahrt in den Bahnhof. Weil der ist ja auch direkt hinter diesem Berg jetzt. Das ist natürlich schon ein bisschen dicke, was er da jetzt im Berg zurückzulegen hat. Aber ich habe da echt keine Möglichkeit gesehen, da groß irgendwie anders durchzukommen. Ich hätte mich jetzt natürlich hier irgendwie durchwurscheln können oder so. Aber das wäre, glaube ich, nicht so wirklich schlau gewesen. So. Da rollen wir in den Bahnhof. Da gehen sogar die Fenster auf. Naja, vielleicht hat es der Zugfahrer es ja so heiß da drinne, dass er da auch unbedingt die Fenster an jeder Haltestelle aufmachen muss. Sehr gut. So, dann werden wir uns jetzt mal um Neustadt kümmern. So, schauen wir mal. Du kleines verschlafenes Kaff am Rande der Berge. So, mal gucken. Erstmal die beiden hier zusammen. Das ist ja schon mal quasi gesetzt. So. Und die bauen wir auch nochmal ein bisschen zusammen. So. Das ist, glaube ich, erstmal alles machbar. Wir können natürlich trotzdem hier auch nochmal runtergehen. Äh. Geht. Nein, geh weg. Pfui, der Eibel. Das ist für ein hässlicher. So. Äh, gut. Dann brauchen wir jetzt ein paar Stationen. So, hier geht's los. Dann würde ich sagen, machen wir die erste erstmal hier. Dann da. Kommen hier rüber, wieder zurück. Fahren da hoch. Dann fahren wir hier mittig. Habe ich da schon zwei. Ah. So. Gut. Hä? Was ist das denn? Genau, zur Strafe reißen wir dafür jetzt den Bauch. So. Hä? Gibt's doch nicht. So. Also, jetzt haben wir diesen ganzen Apparat hier auch noch ausgelassen. Machen wir doch mal. Machen wir doch nicht. Der Zug fällt nach. So. Die wird auch recht voluminös werden, diese Linie. Aber gut. Meine Schüte. Wir haben ja keine... Äh. So. Linie. Svg. Neu. Start. So. Wir starten hier. Zack. Da lang. Hier lang. Hier lang. Dort, dort, dort und dort. Und das Ganze dann natürlich auch wieder. Ritual. So. So. Prima. Und aber... Jetzt brauchen wir nochmal ein Depot. Ich hätte ja nicht über Lust, hier mal ein Amazon hinzuknattern. Ich denke, ich denke, ich habe noch viel lieber irgendwo hier in der Nähe des Bahnhofs. So, da kann... Dann ist das nämlich immer schön zu sehen, wenn die Züge da entsprechend vorbeifahren. Müssen wir mal gucken, ob das so passt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal eine Linie. Und die werden wir jetzt noch bevölkern müssen. Passagiertransport. Und ich würde sagen, wir machen König der Löwen. Ja, König der Löwen. Und die gehen auf die SV Neustadt, nicht Neuland. Und auch hier noch ein kurzer repräsentativer Blick auf die neuen Fahrzeuge. Auch wenn, wir haben sie ja natürlich schon in alten Städten und in der letzten Staffel im Einsatz gehabt. Aber trotzdem wollen wir die dabei doch nochmal eine Runde würdigen. Sehr gut. Okay, prima. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir Güter nach Neustadt? So, wollen wir mal schauen. So, da wird Holz transportiert. Und da ist die Verladestation hier. Eisenerz, das kommt von da hinten. Das ist Hinterloh Brügge. Puh! So, ich sehe Kohle und Erz. Wir hätten also eigentlich alles für die Produktion da. Wir haben aber keinen Produktionsbetrieb. Ich weiß nicht, wie ich die sehe. Nicht wirklich. So, da ist Holz. Und da ist auch eine... ...ne Mühle. Wenn wir jetzt beikämen und von hier... Ich wollte eben gerade sagen, ach du Scheine, was habe ich denn da für eine schöne Drücke gebaut? Weil wir könnten dann hier nämlich auch nach Niedorf dann später abzweigen. Für den Transport. Das werden wir dann auch machen. Also gibt es dann jetzt eine Güteranbindung per Schiene. So, das heißt, wir reißen hier erstmal die Prellböcke aus. Die Rungwagen konnten eh nicht schneller, oder? Ah, ich hatte hier... Okay. Ja, das könnte ich natürlich schon tun. Na, dann machen wir ruhig auch schnelles Gleis und wir elektrifizieren es vorsichtshalber. So, dann wollen wir doch mal sehen, dass wir hier so an die Nummer rankommen. So. So, damit sind wir erstmal hier dann da durch. Jetzt müssen wir sehen, dass wir hier... ...weil ich gehe davon aus, dass wir eben gerade nicht... Naja, gut, da jetzt erst recht nicht. Ähm... ...mit einer zweispurigen Geschichte durchkommen. So. Damit haben wir hier jetzt auf jeden Fall erstmal... ...schon mal die Nummer... ...sauber hinter uns gebracht. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da am schlauesten hin? Okay, wie sieht es denn mit den Höhenlinien aus? Nicht, dass es hinterher wieder heißt. Hetzte man die Höhenlinien überprüft vorher? Hm, 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 hm. Okay. Ja. Aber hier ist es auch nicht viel besser, so wie es aussieht. Andererseits könnte ich hier so ein bisschen schräger anfahren, die ganze Nummer. Und wir könnten es dazu zwingen, dass sich die Linien überkreuzen. Das wäre natürlich auch ganz hübsch. Wollen wir das mal tun. Dann würde ich nämlich den anderen Güter Bahnhof hier hinsetzen, anstelle ihn dann halt eben bei Neustadt enden zu lassen. Das müssen wir dann irgendwie sehen, dass wir den natürlich jetzt nochmal ein bisschen gedreht bekommen, damit das besser passt. Das ist ein reichsprüngiger. So. Platsch. Wunderbar. So, das sieht sogar einigermaßen gut aus. Alles klar. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir hier irgendwie erstmal weiter in die Richtung kommen. Ich glaube, als Zielobjekt übernehmen wir hier diese Kohlenfabrik, oder Kohlengrube besser gesagt. Ich nehme jetzt erstmal das linke Gleis. So, das wird noch ein bisschen Arbeit werden. Die aufzuhübschen. Nein, keine Brücke bitte. Danke. Das sieht gut aus. Okay, da geht's dann nicht mehr. Okay. Gut, dann sehen wir erstmal zu, dass wir uns hier jetzt mit der Kiste da entgegenbauen. Und zwar machen wir das so, dass wir den in der Mitte ankommen lassen. Dann können wir im Zweifelsfall sogar überlegen, ob wir Güterlinien nach draußen legen wollen. Oder nicht. Oder nicht. Wenn ich jetzt beikäme. Da liegt es. Was passiert, wenn ich den direkt hier rüber ziehe. So. Was wollen wir denn haben? Ach du Ernst, ist ja nicht. Ziemlich große, aber im Zweifelsfall. Da darf es dann auch noch ein Tunnel sein. Also einschnittfest. Ich glaube den Tunnel, den werden wir auf jeden Fall brauchen. So, und bauen auch. Bin ich schon dafür. So, zum Beispiel. Na, was machen wir mal? Und jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir den drüber legen. Immer noch Brücke wie Wild. Okay. Dann müssen wir mal schauen. Erstmal müssen wir... Aber warum eigentlich nicht? Wenn ich jetzt so hingehe. So. So, weil dann kann ich vielleicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dann wären wir da. Ja, könnten wir. Aber nicht so. Mist. Dann doch nochmal ein Stück wegreißen. Und von hier dann doch im... So. Oha. Na, das ist ja mal was. Da kommen wir sogar rüber, über beide Hindernisse. Dafür ist jetzt die Steigung zu groß. Na gut, pass auf. Dann arbeiten wir uns hier erstmal nach oben. Und dann rupfen wir da halt eben ein kleines Löchlein. Hinein. 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 So. Das wird natürlich nochmal ein ordentliches Gemetzel an der Begrünungsfront. Ganz besonders das da wird ein riesen Spaß fürchtig. Okay. Dann müssen wir hier jetzt mal sehen. Wir haben sie eigentlich gut zusammengeführt, aber uns fehlt hier momentan... So, der Höhenausgleis... Ausgleis. Genau, der Höhenausgleis. Kennt ihr nicht? Dann müssen wir einmal so richtig... Oh! Upsi. Naja, wird schon ganz lustig aussehen, oder? Ziemlich sicher. So. Prima. Okay. Gut. Dann hätten wir jetzt hier auch auf jeden Fall schon mal... Die Strecke so weit, als dass sie angeschlossen ist. Dann brauchen wir... Die X-Weichen. Kriegen wir die hier noch davor? Ja, ach was ist die gekommen. So, und jetzt brauchen wir... Signale. So. Aber immer ganz oben, ist ja klar. So, und dann... Und... Und hier... Und hier... Machen wir mal ein bisschen drehen, so zum Beispiel, ja? Und dann... Och, nö, komm, jetzt habe ich da... Habe ich den Fehler schon wieder gemacht, oder was? Das gibt es auch nicht. Und dann... Weg. Tss! So. Jetzt sagt man nicht, ich habe... Nein. Okay. Gute. 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 Ist ja nicht zum Aushalten. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das am Ende des Tages ausgehen wird. Ai, 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 ai. Na gut. Okay. Dann hätten wir die Nummer hier jetzt soweit eigentlich zusammengedengelt, dass dort alles an dem... Ups, an dem Platz steht, wo es hingehört, wir werden dann in der nächsten Runde noch ein bisschen Garten- und Landschaftsbau vornehmen, wie üblich, und dann die Züge auf die Strecke loslassen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das denke, so richtig vorstellen kann ich es mir nicht, aber meine Güte, Pferde und Apotheken und so weiter, ne, also, wir werden jetzt hier erstmal hinstellen, heute mal keinen Zug, sondern einfach vielleicht mal nur, warte, wir gehen hier auf den Himmel raus, oh, zack, 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 heute gibt es einfach nur mal Landschaft, ha, wer hätte das gedacht, sieht aber auch gar nicht mal so schlecht aus, da wollen wir nämlich gleich auch noch hin, in der nächsten Folge, wenn es dann an die letzte, naja, was heißt nicht, ob es nicht in der nächsten Folge, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich klappt, aber in der nächsten oder übernächsten Folge, und da werden wir dann die Intercity-Linie abschließen, und dort dann, es ist die letzte Hallestelle, oder? Ja, Niendorf ist, na, ach ne, Bamberg, hier, guck, hast vergessen, zwei Stück noch, naja, ein bisschen was zu tun, bleibt dann halt noch, müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die Güter nach Neustadt geschafft bekommen, gut, deswegen, jetzt aber auch wirklich, stellen wir uns hier schön hin, und genießen die Aussicht, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut, gut, ich bin raus, wir sehen uns, ciao.